Bei der Erstellung von Lehrmaterialien empfiehlt es sich, immer zuerst einmal zu schauen, ob man im Internet dazu etwas findet. Ganz egal, ob es ein Bild, ein Text, ein Video ist und ob es bereits an einer anderen Stelle etwas erstellt worden ist. Zumeist ist da der klassische Weg, einfach mal Google aufzurufen. Und das hat natürlich, wenn wir uns erinnern, auch Isabelle gemacht, als sie einen Elefanten kreierte. Allerdings weiß sie auch als routinierte OER-Expertin, dass dabei eine generelle Google-Suche wenig hilfreich ist. Wird hier ja nicht nach lizenzierten Inhalten unterschieden. Daher klickt sie zuerst auf Einstellungen und Erweiterte Suche. Dort scrollt sie ganz, ganz nach unten und findet den Punkt Nutzungsrechte. Und stellt, frei zu nutzen, weiterzugeben oder zu verändern ein. Und jetzt erst gibt sie oben in das Suchfeld noch Elefant Ellie ein. Kein Ergebnis. Aber das war jetzt nicht wirklich verwunderlich. Okay, man sieht also, die Google-Suche ist wenig hilfreich. Dann erinnert man sich vielleicht an die Suchmaschine von Creative Commons und ruft http-search-creative-commons.org auf. Dort findet man jetzt die Möglichkeit, nach freien Inhalten zu suchen. Und zwar auf verschiedenen Plattformen. So wählt halt Isabelle in unserem Fall einmal Pixabay aus und gibt Elefant Ellie ein. Auch hier kein Treffer. Wenn sie allerdings Flickr ausgewählt hat, werden vier Bilder offeriert, aber die sind alle unbrauchbar. Aber weil sie da natürlich eventuell drüber nachdenkt, ihren Lehrinhalt musikalisch auch zu untermalen, versucht sie auch noch Yamendo, eine Plattform für Musikstücke. Und sieht da jetzt ein paar nette Angebote, die sie vielleicht verwenden möchte. Sie wählt einen Titel aus, schaut sich dort die Lizenz an. Nun gut, immerhin hat sie etwas gefunden. Dieses Beispiel zeigt uns, dass es grundsätzlich möglich ist, gezielt nach freien Bildungsinhalten zu suchen. Selbstverständlich kann man all die Plattformen auch einzeln aufrufen, also direkt ansteuern und dort direkt suchen. Vieles ist vielleicht überhaupt nur direkt so erreichbar. Auch eines der großen Problematiken im Bereich der freien Bildungsressourcen. Das ist letztendlich auch unser Problem, weil Inhalte gibt es viele. Die Frage ist, ob wir diese finden und wenn ja, ob sie dann auch tatsächlich offen lizenziert sind. Beim Austria-Forum gibt es zum Beispiel eine eigene App, eigentlich für iOS genauso wie für Android, die auch immer gleich direkt anzeigt, unter welcher Lizenz der Artikel gerade steht. Damit ist es natürlich viel einfacher, den Überblick zu halten. Also, man sieht, es gibt eigentlich viele Features. Wichtig ist nur, dass man eigentlich wirklich auf diese Lizenz schaut und natürlich helfen die CC-Symbole uns ungemein. Ansonsten wäre man oft mit sehr langen Nutzungsbedingungen konfrontiert, die zumeist auch schwer verständlich sind, beziehungsweise eindeutige Aussagen oft auch noch vermissen lassen. Vielen Dank.